Und da sind wir wieder und weiter geht's mit Keepsake auf dem Weg zur fünften Vision. Ja, die fünfte müsste es sein. Ach ja, nein, genau, da waren wir schon mal. Jetzt müssen wir wieder zurück in die Küche und durch das Fenster auf das Dach klettern. Was findest du? Ich mache die Takes lieber jetzt als später, sonst ist dieser Breakpoint so natürlich. Ja doch, du musst auch sagen, das sieht wunderschön aus. Vor allem, wenn du bedenkst, dass es 14 Jahre alt ist. Es gibt Spiele, die kriegen das heute noch nicht hin. Also, die Hintergründe, die Animationen, die waren vor 14 Jahren auch gut. Halt, Küche hatte ich gesagt. Die Katze ist definitiv besser animiert als der Wolf. Ich meine, vielleicht fällt das auch nicht so auf, weil sie kleiner ist. Aber ja, wenn er sich jetzt noch nicht in die Drachen verwandelt, dann ist meine Erinnerung doch nicht ganz so verhalten. Es ist gerade mit dem Kopf in die Treppe gelaufen. Ja. Eher die Katze. Aber haben sie ja eine Siam-Katze genommen, weil die als gesprächig gelten. Esst die Säck. Ja. Der ist auch nicht schlecht. Wenn das magisches Feuer ist, an dem sie sich nicht verbrennen kann, würde sie sich jetzt die Finger verbrennen, wenn sie den Topf anfasst? Ich sage das jetzt nicht gern, Säck, aber vielleicht erreichen wir das zerbrochene Fenster im Raum der Prüfungen, wenn wir über dieses Dach klettern. Da sind Bananen und Tomaten und Äpfel und Karotten. Du hättest was essen können, wenn du zwischenzeitlich zu schwach geworden wärst. Doch. In deiner Katzenform könntest du leicht dorthin gehen, da bin ich sicher. Nein. 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 Ich klettere nicht auf ein Dach und riskiere dort mein Leben. Dann sitzen wir hier unten fest. Du bist deine Katze, das ist dein Lebensinhalt. Ein paar Menschenleben sind möglicherweise in Gefahr, aber gut. Warum findest du immer die richtigen Argumente? Nee, der Trank war ja eh nicht gut. Er wollte größer werden, jetzt ist er Kleider. Und flauschiger. Gib mir eine Minute, um meinen Mut zusammenzunehmen. Ich bin sicher, du machst das großartig, Säck. Versprich mir, dass du, wenn ich falle, den anderen sagst, dass ich alles gegeben habe. Ja, aber ich glaube, Katzen sind flauschiger per se als Wölfe. Ich glaube, Wölfe sind eher drahtig. Zieh nicht runter, Säck. Schau einfach geradeaus. Vergiss einfach, dass unter dir nichts ist. Und so ein Drache wird er später. Ungefähr in der größten Klasse. Ja. Also er hätte dich auch nicht hochtragen können, würde ich ja... Du hättest doch als Drache Höhen anzunehmen. Aber der Wolf hat ein schöneres Gesicht. Meine Katze wie Konrad. Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Vielleicht ist er gestürzt? Oh nein, was wenn er abgestürzt ist und... Säck, das ist nicht lustig. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Ich weiß, das war gemein, aber nachdem ich über das Dach geklettert bin, hätte ich etwas Spaß gemacht. Du mein Mauszeuger. Tu das nie wieder. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich habe meine Höhenangst überwunden, aber es war natürlich nicht leicht. Aber ich dachte, das bin ich dir schuldig, nach allem, was du für mich getan hast. Und jetzt mal sehen, ob wir die Brücke bewegen können. Das können wir. Schau mal, was damit passiert. Also wir haben einen Hebel unten links, einen Hebel oben links und einen Hebel oben rechts. Der von unten links hat die Treppe von unten rechts nach oben links, aus oben links nach oben rechts gemacht. Okay, der hat sie nur zurückgesetzt. Okay, der hat sie nur zurückgesetzt. Okay, dann würde ich sagen, Zack, geh mal auf die andere Seite. Halt. Da hin. Und mach den Hebel. Was passiert, wenn ich jetzt den hier benutze? Okay, ich glaube, ich habe eine Hebel. Würde ich gerne, aber das Spiel ist gerade abgestürzt. Aber ich meine, das war mein Gedanke, dass ich jetzt die Hebel aufgestürzt habe. Und die Treppe wieder so setze, dass Lydia hochgeht. Und das dann erstmal gerade mache und sie dann die Seiten wechseln lasse, damit Zack die Treppe andersrum wieder ansetzt. Ich weiß jetzt nur nicht, ähm, oh mein Gott. Das ist ein ganzes Eck, was wir nochmal machen müssen. Und da sind wir. Willkommen zurück, YouTube. Ich habe nach dem Absturz weitergespielt und bin jetzt hier. Für alle Leute, die das Rätsel nachvollziehen wollen, Zack über die Brücke, Hebel, Lydia hochholen. Zack macht wieder den Hebel, um die Brücke ganz zu machen. Und dann setzt Lydia die Treppe so, wie sie jetzt steht, weil sie können nicht einfach die Plätze tauschen. Warum? Was ist das Problem? Wieso stürzt du da ab? Ich glaube, YouTube hat mitgekriegt, dass das abgestürzt ist. Ich muss es nicht nochmal anmoderieren. Wir waren jetzt halt ein Stück weiter davor. Ich habe ein Problem. Wenn das jetzt nochmal abstürzt, befürchte ich, dass da ein Fehler im Code ist, der es unmöglich macht, über diese Stelle drüber zu kommen. Nein, jetzt geht es. Ich frage mich, was diesen Fehler auslöst. Der scheint reproduzierbar zu sein. Ich weiß aber nicht, was ihn auslöst. Die Brücke hat sich nicht bewegt. So, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte dich da runterbringen. Okay. Das sind alle Mengehebel. Okay. Jetzt sitze ich hier und glüdiere da oben. Ich speichere jetzt. Ach shit, bin ich dumm? Ich entschuldige mich nochmal. Das war jetzt mein eigener Fehler. Heute ist der Tag des Neustarts. Da hat man mal echt Lust, weiter dem Spiel zu spielen. Was sind so Dinge? Egal. Ich wollte sagen, ich speichere jetzt sicherheitshalber zwischen jedem Schritt für den Fall, dass es weiter abstürzt. Das ist die Gewohnheit. Normalerweise klicke ich auf speichern und beenden. Ich habe mich vorher schon gewundert, dass das nicht öfter passiert. Ich war für den Fall um nachuffy So, ich war mal beim 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 es stability. Also ich sag mal, wenn es nicht so oft abgestürzt wäre, ist das glaube ich gar nicht so schwer. Das ist ein bisschen komplizierter dadurch, dass sie nicht beide auf derselben Plattform stehen können, aber gar nicht so schwer. Das ist ein bisschen komplizierter. Perfekt, und so könnt ihr jetzt verhungern. Also Lydia, weil Zach kann ja noch raus und sich ein Vogel fahrt. Ähm. 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 Das ist doch der Hebel da oben. Ist das okay? Das ist doch der Hebel. Ich bin jetzt minimal verwirrt. Weil wenn sie den Hebel bewegt, geht die Brücke ja wieder so wie die eben war. Nicht so wie ich sie haben will. Diese ganzen Abstürze haben mich ganz durcheinander gebracht. Ja, genau. Gut. Dann setzt Zach die wieder zurück und Lydia geht da rüber und, oh Gott. Und das Spiel stürzt ab. Das frustriert langsam. Ich bin so frustriert. Ich fühle mich schon wie Lydias Vater, nachdem ihre Mutter gestorben ist. Was? Meine ich doch. Ich bin schon verwirrt vor lauter Frustration. Ich bin schon. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann nur über den Hebel da gehen Untertitelung des ZDF, 2020 Das dürfte jetzt wohl nicht funktionieren Doch Wieso gehen manche Hebel zweimal und manche nicht? Vielleicht sollte ich das über die logischen Rätsel zurücknehmen, was ich gesagt habe Ich habe gerade gedacht So, jetzt ist die Treppe so, wie ich sie brauche Und jetzt schon mein Glückwunsch für die Person, die das nachvollziehen kann, wenn sie sich die Bruchstücke anguckt Es ist noch nicht an der Zeit Nein, ernsthaft? Es ist noch nicht an der Zeit für diese Prüfung Ich muss erst Zack hierher holen Nein, kann er nicht Sie konnte das ja auch nicht Sie hätte ja auch von da schon auf die Treppe springen können, als sie noch da drüben stand Das ist nicht so tief Ich meine, sie wollte vorher über diesen Dachfürst klettern Ich hasse dich Ja, ich glaube, ich weiß, wenn das mit den doppelten Hebeln funktioniert Oder auch nicht Ich weiß, was ich nicht so tief Ich will nicht diesen Hebel bedienen. Das ist der Hebel, um das Spiel auszuschalten. Ja, das ist kein schönes Rätsel. Aber ich müsste es jetzt haben. Es geht Sack darunter, ich betätige den Hebel wieder, die Brücke wird gerade, Sack kommt darüber und alles ist gut. Das wäre auch weniger langwierig, wenn ich nicht vor jedem zweiten Hebel speichern würde. Ich meine, ich verstehe auch nicht, warum sie Sack dafür braucht, um diese Prüfung zu machen. Es ist doch ihre Prüfung. Sack ist doch schon Student. Warum? Verdammtes Dämliches. Du kriegst mich nicht, ich schaffe diese dumme Prüfung. Und wenn das bis morgen früh dauert. Ehrlich mal. Wer hat den Scheiß programmiert? Ja, es hängt sich immer auf, wenn ich auf dem richtigen Weg bin. Das hatte ich auch schon festgestellt. Aber ich dachte eigentlich, es wäre nur von dem, dem einen Hebel abhängig. Das Spiel wollte er mich schon sabotieren, Lydia, ja. Du hättest überhaupt nicht hier rüberkommen müssen. Hättest du dir das nicht sagen können, dann hätten wir den... Ich bin nur ein bisschen frustriert. Wenn die zweite Prüfung so leicht ist wie die erste, sind wir im Handumdrehen... Wenn das die Prüfung war, ist sie schwerer als die erste. Verkaufe niemals die Schuppen des Drachen, bevor du ihn erlegt hast, Lydia. Bei der ersten mussten wir nur ein paar Fragen beantworten. Das war relativ intuitiv. Ist das nicht seltsam, dass ein Drache so etwas sagt? Nein. Ein Drache? Na egal, konzentrier dich auf deine Prüfung. Heulen außer Sicht, die Posung ohne zu berühren, flüstern in der Nacht. Das wird nicht viel erklären. Was haben wir da oben? Es lohnt die Geisteswohne. Oh nein, das wollte ich nicht. Wenn du bist bei mir, bist du niemals allein. Wenn ich mich verstecke vor dir, wirst du ohne Freund sein. Bevor ich das hier mache... Wer weiß, was in dieser Prüfung noch alles verbuggt ist. Das ist jetzt wieder das Heulen außer Sicht. Okay. Geist Wasser Väter Ohne weiter zu gucken, würde ich sagen, das ist die Antwort auf die Frage Und das, das ist Baum Was ist das? Energie Das ist Feuer Das ist Bewegung Das waren die Berge Wenn du bist bei mir, bist du niemals allein Wenn ich mich verstecke vor dir, wirst du ohne Freund sein Was könnte das sein? Da ist Warum nicht? Das war Himmel Das war Geist Ne, das war Energie Das war das erste Vergeist Hart wie Stein, weich wie Samt Ich bin die Quelle für Leben und Tod Und wenn dein letzter Tanz kommt, empfang dich meine Arme gut Und dann würde ich sagen Wasser, aber was soll dieser letzte Satz? Feuer hat wie Stein, weich wie Sand Oder es ist Erde Oder es ist Erde Das ist wirklich wortwörtlich ist Das heißt, ich bin die Quelle für Leben und Tod Und wenn dein letzter Tanz kommt, empfang dich meine Arme gut Das ist halt diese letzte Zeile Finde ich, ergibt mit Erde mehr Sinn als mit Wasser Ja, aber bei Feuer passt halt die erste nicht Ja, ich denke auch Das ist das Internet Es ist überall doch nicht zu fassen, es ist dein Besitz, doch besitzt dich nicht Sicher? Wir haben auch Energie Es ist überall doch nicht zu fassen Es ist dein Besitz, doch besitzt es dich Es kann dich durch Pech verlassen, doch das wäre das Ende für dich Was ist meine Energie noch hin? Es ist so dunkel geworden hier drin Ja Jetzt werde ich gleich sehr, 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 sehr müde Danke Ich glaube, irgendwo ist irgendwas falsch Ich wäre für einen Tipp Ist jemand dagegen? Gehe nochmal die Texte durch Heulen außer Sicht Liebkosung ohne zu berühren Flüstern in der Nacht Das wird nicht viel erklären Und ich glaube, dass das das ist, woran das hängt Weil die anderen, glaube ich, passen ganz gut Feuer, Wasser Ähm, Himmel Acht Bücher und vier Beschreibungen Ja Richtige Buch und die dazugehörigen Beschreibungen müssen zugeordnet werden Ja Ein Hebel hilft dir, die Bücher zu drehen Der andere dreht die Beschreibungen Drück auf den... Soweit bin ich schon Die vier magischen Bücher, die du brauchst Himmel Feuer Natur Und Geist Dann sind das andere doch Dann ist das, wo wir Erde haben, wahrscheinlich Natur Und das letzte Feuer Und ich meine, Himmel und Geist haben wir ja Und ich glaube auch schon, dass die an den richtigen Stellen liegen Ist das vielleicht doch Feuer Himmel weggelebt Überall doch nicht zu fassen Es ist dein Besitz Doch besitzt es dich Es kann dich durch Pech verlassen Doch das wäre das Ende für dich Aber ist das Feuer Geist Ja, genau Das war Himmel Über meine Bühne bin ich mir eigentlich relativ sicher Wenn du bist bei mir, bist du niemals allein Wenn ich mich verstecke vor dir, wirst du ohne Freund du sein Ich kann mir vorstellen, dass das Natur wäre Es ist auf jeden Fall nicht Feuer Ja, aber wenn du bist bei mir, bist du niemals allein Das Einzige, was noch offen hat Ich hatte nicht geguckt, was das für Runen sind Ich bin einfach nach den Zeichen gegangen Die wir vorher hatten Ich meine, das hier kann halt auch gut Natur sein Hart wie Stein, weich wie Samt Ich bin die Quelle von Leben und Tod Wenn dein letzter Tanz kommt, empfange dich meine Arme gut Immer davon abgesehen, dass es absolut bescheuert sich reimt Ja Oh, voll sanatisch Es ist überall doch nicht zu Fall Ich meine, wenn das Feuer ist, würde es sehr übertragen Und ich meine, nicht zu fassen ist eigentlich Es kann eigentlich nur der Geist sein Heulen außer Sicht, die Posung Na gut, das könnte auch Heulen außer Sicht, die Posung ohne zu berühren Flüstern in der Nacht Ja, deswegen Wo das hier ist Wenn du bist bei mir, bist du niemals allein, wenn ich mich verstecke Aber das passt halt irgendwie Aber sie wollen definitiv Feuer, Geist, Natur Und Himmel Das hatte der Tipp gesagt Himmel Feuer, Natur Und Geist Ja Geist Ich bin Ich bin Ich bin Was ist das? Okay. Feuer. Das, was wir gesagt hatten, flüstert in der Nacht. Ich habe die Guckung der Weisheit bestanden. Du kannst mitreden, du sitzt neben mir. Ich bezweifle, dass sie so leicht wird. Bei mir damals, da hörte ich die Studenten über sie reden und sie alle sagten, die letzte Prüfung sei die schwerste. Bis jetzt konnte man alle Prüfungen nötigenfalls durch Raten bestehen. So. Die Frage ist, wo ist der Eingang dazu? Weil ich hatte bis hierhin auch nur zwei Türen gefunden. Sagt mir das Ding zufällig, wo ich hin muss? Äh, okay. Das ist die, wo sie sich die ganze Zeit beschwert hat, dass sie da nicht hingeht. Ich erinnere mich. Dann siehst du, er hat seinen Höhenangst verloren. Ja, ich mag Zack. Jetzt bin ich hochkonzentriert, weil ich Angst habe, dass ihr Spiel abstiftet. Das wäre jetzt für YouTube irgendwie böse, wenn nicht. Aber ich nehme noch auf. Das wird ein Spaß, das nachher nochmal neu zu rendern. Ja, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg zur fünften Vision. Du hast ein Standbild. Standbilder können auch sehr schön sein. Das ist wenigstens ein hübsches Standbild. Falsche Tür. Das ist sehr schade. Nochmals höher. Es läuft wieder. Da haben wir dich. So, viele Treppen. Wo ist die letzte Prüfung? Sie beginnt jeden Moment. Was? Zack, sprich lauter. Ich kann dich nicht hören. Oh nein. Ich kenne dieses Geräusch. Das ist Feuer. Ja. Zack, was geht da vor? Jetzt kriegen wir Story. Da drin ist jemand eingeschlossen. Hilf ihr doch jemand, bitte. Ja, hilf ihr doch mal jemand. Ich komme niemals näher an dieses brennende Haus heran. Das sind auch gerade Flashbacks zu diesem einen Film, den wir geguckt hatten. Wie ist er? Ah, Fantasy Island. Warum nicht? Ich komme nicht näher an das brennende Haus heran. Halt aus, Kleine. Jemand wird... Nein, nein, nein. Warum muss ich das alles nochmal durchmachen? Fantasy Island möchte ich auch gerne auf DVD haben. Ich werde sterben, wenn mir nicht jemand hilft. Ich komme hier nicht allein raus. Ja, das Ende war ein bisschen albern. Nathaniel, wo seid ihr? Halt durch, Lydia. Bald wird dich jemand retten. Ich kann sie... Äh, mich nicht retten. Keine Panik. Nathaniel wird bald hier sein. Er hat mich damals, als ich ein Kind war, gerettet. Und genau so ist es damals passiert. Also wird er bald hier sein. Nein, du verbrennst sie jetzt. Wenn Nathaniel nicht bald kommt, stützt das Haus ein. Was soll ich tun? Nathaniel, Beeilung! Wo ist er? Wieso ist er nicht hier? Das war's. Ich kann nicht länger warten. Wer weiß, was passiert, wenn ich mich selbst hier drin sterben lasse. Aaaaaaah! Baaaaaah! 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 Prüfung bestanden. Ja, das war die Prüfung. Schön, dass du deine schlimmste Angst überwinden konntest, Lydia. Das hat was mit Charakterentwicklung zu tun und nicht mit Rättern. Nachdem Zac das schon geschafft hat. Aber weißt du überhaupt, was das für eine Prüfung ist? Rein erzählerisch ist es ganz schlau. Erst hat der Nebencharakter es gemacht und dann der Hauptcharakter. Und ich wollte dich nicht daran erinnern, für den Fall, dass du es dir noch einmal überlegen solltest. Nichts wird mich davon abhalten, Celeste zu finden und herauszufinden, was an dieser verdammten Schule los ist. Ich muss allerdings sagen, dass es bei Zac gegen Beindrucken da gemacht war. Aber ich hätte mich so bereiten sollen, wenn du es mir gesagt hättest. Das hier war sehr plump. Ich war in der Vergangenheit, als unser Haus in Flammen stand. Aber diesmal kam Nathaniel nicht, um mich zu retten. Ich war ganz allein. Es ist jetzt vorbei, Lydia. Du hast die Prüfungen bestanden. Also sollten uns die Wächter passieren lassen. Zac heult gleich. So. Dann gehen wir jetzt mal nach oben und schauen, was in dieser Schule passiert ist. In der Hoffnung, dass da jemand ist. In der Hoffnung, dass da jemand ist. Herzlichen Glückwunsch, Kandidatin Lydia. Du hast die drei Prüfungen erfolgreich bestanden. Denke immer daran, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Nur die Konsequenzen deiner Handlungen. Ja. Kraft der uns gegebener Macht. Erlauben wir dir nun, als Studentin weiter in den verbotenen Teil der Akademie zu gehen. Vielen Dank, Wächter. Das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Als ich meine Reise begann, träumte ich von einem herzlicheren Empfang. Komm schon, suchen wir jemanden, der mir meine ursprüngliche Gestalt wiedergeben kann. Und deine Freundin Celeste. Wir müssen nur auf die Teleporter-Scheibe in der Mitte des Raums treten und... Teleporter-Scheibe? Was ist das denn? Teleportation ist eine magische Art der Fortbewegung. Wir verschwinden hier und erscheinen durch Zauberei im oberen Teil der Schule. Pass auf! Zack? Zack! Ich weiß, dass er mich angelogen hat. Aber wie oft? Kann ich ihm trauen? Was will er wohl wirklich von mir? Dass du ihn in einen Drachen verwandelst? Da haben sie was nicht übersetzt. Da haben sie was nicht übersetzt. Was er zu sein vorgibt. Ich muss... Komm schon, Lydia. Sehen wir nach, was Nathaniel vorhat. Zack, ich habe dir schon gesagt? Sorry. Ich meinte, finden wir heraus, was in der Akademie vor sich geht. Das ist jetzt die Katze von der Teleporter-Scheibe gekickt. Willkommen in noch mehr leeren Räumen. Geil aus. Hast du schon ein sprechendes Möbelstück gefunden? Das ist eine Truhe, die ich nicht aufmachen kann. Verstehe. Schweigende Möbelstücke. Da liegt ein Buch, das ich mir nicht angucken kann. Natürlich, es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn Celeste auf ihrem Zimmer gewesen wäre. Warum weißt du, dass es Celestes Zimmer ist? Und sie hat keinen Hinweis hinterlassen, der uns sagen könnte, wo sie zurzeit ist. Langsam glaube ich, dass ich sie niemals wiedersehe. Ich hoffe, wir sind jetzt diesen schwammigen Boden. Ich kann das nicht länger für mich behalten. Lydia, ich muss dir etwas sagen. Als ich das letzte Mal mit Celeste gesprochen habe, war sie sehr krank. Verstehe. Wenn wir jetzt einen längeren Dialog haben, bin ich ja nippo. Wir haben nur zwei oder drei Mal miteinander gesprochen und... Wo ist sie? Dankeschön. Ich weiß nicht. Lügner. Ich schwöre, ich weiß nicht, wo sie ist. Und ich wette, du weißt auch nicht, was in dieser Schule vor sich geht, oder? Zach, warum lügst du mich an? Ich lüge nicht, ich... Glaubst du wirklich, ich bin so dumm? Du hast mich angelogen, seit wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was genau du bist, aber ich weiß, dass du nicht die magische Kreatur eines Lehrers bist. Hm, ich... Es war ein Fehler, dich aus der Holzkiste zu befreien. Aber den mache ich jetzt wieder gut. Du bleibst jetzt so lange hier eingesperrt, bis du mir die Wahrheit über dich gesagt hast und darüber, was in dieser verdammten Schule vor sich geht. Versprich mir, dass du mich zuerst rauslässt. Dann erkläre ich alles. Okay, okay, ich rede erst und danach lässt du mich raus. Mein Name ist wirklich Zach, aber ich bin nicht die magische Kreatur eines Le... Fünfte Vision. Ich hab's auch gesagt, das schaffen wir auch noch. Jetzt, wo er uns gerade alles erzählen wollte, kriegen wir eine Vision, natürlich. Ich bin so froh, dass du endlich einmal Zeit für mich gefunden hast, Vater. Dieser Blick ist atemberaubend, nicht wahr? Das ist er, meine Tochter. Ich habe in letzter Zeit vergessen, deine Gesellschaft zu genießen, meine Liebe. Ich muss etwas beichten, Vater. Aber bitte sei mir nicht böse. Normalerweise fragst du mich so etwas nur, Silest, wenn du weißt, dass ich böse werde. Also, bist du etwas nur, Silest? Was ist Silest für ein Adjektiv? In Ordnung, Vater. Ich, ich wollte dir nur sagen, dass ich im Keller ein Porträt von Mutter gefunden habe. Wie konntest du? Ich hätte dir streng verboten, dir Sachen deiner Mutter anzufassen. Ich weiß, aber ich vermisse sie so sehr. Nein, sie kann nicht schwanger sein. Ihr Vater liebt sie ja nicht so, wie er seine Mutter, ihre Mutter geliebt hat. Jetzt ist er aber böse. Sie sieht aus wie Reh und das tut mir so leid. Aber findest du mich auch, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist? Zack? Ja, so ein bisschen. Aber warum habt ihr sie euch nicht selbst genommen? Gib sie mir sofort. Er hat komische Fingernägel. Natürlich sieht der aus wie ein Loser. Er ist ein Loser. Niemand kann so die Gedanken mehr von mir verbargen. Was hattest du erwartet? Was tut ihr da, Meister Nathaniel? Genau wie ich hast du meine Tochter niemals richtig gekannt. Ich brauche dich jetzt absolut nicht mehr. Und jetzt vergiss alles, was passiert ist, junger Nightingale. Zack Nightingale? Ja, es ist ein sehr dummer Name. Für jemanden aus so einem wichtigen und alten Geschlecht. Ich hatte seine Haare minimal länger in Erinnerung. Aber ansonsten... Wo bin ich nun schon wieder? Zack? Zack, ich muss dich was fragen. Du hast Zack eingesperrt. Ach ja. Ich habe ihn in das Zimmer von Celeste gesperrt. Besser, ich suche schnell den Weg zurück zu ihm, bevor er da drin irgendwas kaputt macht. Das ist jetzt so eine hohe Meinung. So, jetzt... Was machen wir jetzt? Machen wir weiter? Oder... Ich bin schon bei drei Stunden in zwei Teilen. Aber ich weiß nicht. Wie sieht das mit unserem anderen Kommentator aus? Ich weiß halt nicht, wie lange es jetzt dauert, bis der nächste Punkt ist, wo man sinnvoll aufhören kann. Deswegen stoppe ich jetzt trotzdem erst mal die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.